Sich Erde unter die Achseln schmieren, um Schweißgerüche loszuwerden? So kurios sich das anhört, bei dem TikTok-Trend Armpit Detox ist genau das der Fall. Zugegeben, es handelt sich dabei um spezielle Heilerde. Durch die Detox-Methode sollen die Achseln von Build Up, zum Beispiel durch Chemikalien aus dem Deo, befreit werden. Gleichzeitig soll das hauteigene Mikrobiom wieder in Balance gebracht und Bakterien bekämpft werden. All das mit dem Ziel, Schweißgerüche zu bekämpfen. Die Detox-Maske könnt ihr ganz easy selbst anmischen. Ein Teelöffel Heilerde, ein halber Teelöffel Apfelessig und Wasser. Die Masse wird dann regelmäßig aufgetragen und nach ein paar Minuten jeweils wieder abgewaschen. Und bringt die Methode wirklich etwas? Das Detox schadet euch auf jeden Fall nicht. Die Heilerde reinigt eure Achselnporen tief und kann so dazu beitragen, dass weniger Gerüche entstehen. Auch der Verzicht auf herkömmliche Deos während des Prozesses kann eure Haut unterstützen. Eine Wunderwaffe gegen Schweiß ist das Detox aber nur bedingt.